hallo heute zeige ich euch wie ich die kleine blumchen hier gemacht habe die können wir auf die weihnachtskarten kleben weihnachtsgeschenke oder so einfach als gesteck irgendwo liegen haben dafür brauchen wir Formiran wir werden jetzt in diesem video ein bisschen andere farben machen so wie die also machen wir weiß rosa und natürlich die blätter von olive grün was wir dafür alles brauchen erstmal brauchen wir sechs quadrate von weißen formiran der ist zeige ich euch 3x3 und dann 2x2 von rosa also schneiden wir das einfach nur in Form färben klein bisschen und dann legen wir auf bückeleisen stufe 2 falten zusammen und kneten dann ein bisschen in Form ziehen und so sind unsere blätter fertig das gleiche was machen und wieder auf bückeleisen und so ist er fertig jetzt brauchen wir kugelchen aus alufolie kugelchen unten machen wir loch kleber rein und alles aus draht montieren so sieht dann das aus dann haben wir hier schon ein bisschen vorbereitet brauchen wir so eine bluten stempel ich habe die dann von ganz einfachen blöhmchen ausgeschnitten und dann ins bastel kleber und in glitzer rein wenn die trocken sind kann man anfangen die zu bekleben dann 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 und von unten fangen wir an mit kleben dann 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 so sieht das momentan von oben aus die letzte blute versuchen wir hier reinzuschieben und so sieht unsere fast fertige Blume aus dann brauchen wir noch ein Stück von Grün falten wir zusammen schneiden wir in Form hier können wir auch einmal durchschneiden von die Seiten färben können wir auch zwischen und legen wir auf den Wiegeleisen wie immer schön kneten hier brauchen wir nicht so ganz alles aufmachen dann stecken wir mit dem Draht durch brauchen wir noch einfach ein bisschen Kleber und die erste Blume haben wir fertig das gleiche machen wir mit in Rosa dafür brauchen wir ein bisschen kleine Kugel hier machen wir das mit Blitzer in Weiß hier 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 So sieht das aus. Und dann unsere Blätter. So sieht das aus. 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 So und unsere zweite Blume ist dann auch fertig. Jetzt machen wir die kleine Blumchen. Für die kleine Blume brauchen wir zwei viereckige Teile 4 x 4 cm und 3 x 3 cm. Also falten wir die wieder zusammen. Schneiden wir in Form. Diesmal. So. 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 dann machen wir natürlich das mit. So. 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 Vielen Dank. Und machen wir das gleiche wie mit, die Blumen, also färben, auf Bickeleisen und dann in Form ziehen. So, da haben wir alle fertig. Brauchen wir wieder Draht. Hier lassen wir ein bisschen offen am Ende, weil jetzt werden wir das ohne Alufolie befestigen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kleber. Und können wir uns noch mit dem Stand wieder reinstecken. Und versuchen wir jetzt die Blumen ein bisschen zusammenkleben. Und dann machen wir die Blumen. So, können wir noch eins da reinstecken. So sieht dann aus. Und das machen wir wieder mit allen Blumen. So haben wir die Blumen fertig. Jetzt müssen wir noch von unten... Blumen... ...tas schtack. können wir auch ein bisschen färben ein bisschen färben und wieder machen wir mit alle vier das gleiche jetzt brauchen wir noch zwei drei blätter mit braun habe ich das besser kann man wieder ein bisschen ziehen so wie gesagt wir können wir auf karten boxen geschenke flaschen kleben oder können wir einfach auch versuchen so ein kleines gesteck machen wie das dann euch gefällt so 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 so